wünsche ich wieder mal einen schönen guten Abend heute mal am Mittwoch weil weil Gründe ich mag Gründe deshalb spiele ich heute ich habe wieder vergessen das Overlay auszumachen es gibt glaube ich Schlimmeres ich könnte ganz schnell offline gehen aber dann könnte ich hier die Nachrichten nicht mehr sehen was sonst wenn ich mich richtig älteren wir gehen flammen Wolle früher gekriegt und müssen mal wieder irgendwo hin um irgendwas zu reparieren können wir machen die P hat jahrelang dafür geübt Sachen zu reparieren wir haben auch schon flammen vor durch den Ausrüsten entrüsten nicht dass ich da was müssen wir haben wir brauchen jetzt nicht unbedingt irgendwas ist nicht unbedingt schlimm ist wenn ich es benutze flammen so ist eine kleine fackel wenn wir jetzt ja dieses wunderbare tolle Colony Marines gespielt haben kann ich mich hier kaum noch was erinnern aber merkt euch der böse Diebstähler ist unterwegs muss ich hier hin haben wir ja Security warum gehe ich zur Security ich gehe aber mal zur Security ich gehe heilige muttergottes oh f*** euch doch alle oh nein 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 Du bist hier, ich... So, gib mir alle dein Zeug. Zwei Compounds, sehr gut. Dreck, fuck, scheiß, ficken, ey. Locked. Ein kleines Rimm mal rein. So, eine Scheiße, ich hab mir gar nicht dermaßen in die Probes gemacht. Ja, aufstehen. So wie das doch. Okay, jetzt bin ich hier. Was mach ich hier jetzt? Door Locked. Ein guter Server, sehr gut. Bi-Bi-Bi-Bi-Bi-Bi-Bi... oder auch nicht. Kann ich hier... Bin mir nicht sicher, ob ich da rein will, ich meine es sieht gefährlich aus. moment und und dafür bin ich jetzt durchgelaufen gut gucken wir uns mal um was können wir von hier aus sehen ah einen großen roten Knopf okay all all damn chaos nein Da will ich am wenigsten hin. Da will ich hin. Mir ist gerade ein verdammter Raum ins Gesicht explodiert. Ihr macht mir am wenigsten Angst, Leute. Was ist deine Idee nicht? Da ist etwas zurück, das gerade eröffnet. Du bist, es sind Kreaturen. Womit was? Woher soll ich das wissen? Oh man. einmal will ich cool sein okay okay diesmal vielleicht doch erst nachfragen dann zu schlagen hin und explodiert mir die scheiße wieder ins gesicht du musst doch wissen dass das nette leute sind warum explodierst du nicht du bist vorher noch wo 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 natürlich geht es mir jetzt zweimal revolver ammo das müssen ja hier Und den haben wir vorhin übersehen. Oh, Flashlight-Batteries, da haben wir schon lange keine mehr gefunden. Und auch das hier. Okay, diesmal sage ich freundlich hallo. Freundlich hallo. Soll ich auch erstmal ein bisschen. Mistvieh ist da. Staff Access Only, ich nehme an, da muss ich hin. Nein, ich hätte auch... Ich hätte aufpassen müssen, wo meine Kompanieros hinlaufen. Oh, da lang. Die Kreaturen sind hier. Sie müssen gehen. Es gibt keinem, woher zu gehen. Ich werde nicht gefressen. Ich hätte echt aufpassen müssen. Ah, das ist immer lustig umzuspielen. Siehst du? 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 Ich bin hier. Ich bin hier. Ich muss ein Käfig um die Kreatur herum bauen. Wie zum Geiler stellen die sich das vor? Wenn sie jemand verraten... Lauf ich überhaupt richtig? Entrance ist nach vorne. Use the Terminal and Reception to open the door. I believe we found something here. sie kamen hallo ich mache nichts ich glaube auch nicht dass ich ein pleasure hatte mit dir okay wir sind nicht unbedingt stink so auf mich höchstwahrscheinlich stink so auf mich aber nicht unbedingt so auf mich ein gitarist am berg scheinbar ist ja der boden ok staff access only ist über mir ist der herr da wird es nicht mögen wenn ich hochgehe wieso steht hier ein einzelner schuhe ich bin es ist mir erlaubt dies items zu trägen mehr als im träger ob die texte port oder noch weiter hoch er will mich nach texte port schicken ich mag ihn nicht was ist das hier denn was genau diesmal drück ich nämlich nicht auf escape bisschen alkohol licht machen wird auch nicht mehr so schlecht aber die leute diese was zu kennen Das sieht nicht sicher aus. Hört das hier nicht sicher aus. I can't tell who escaped. Ah ok ok das ist das Audio-Lock. Oder auch nicht. Oh. Hi. Dich. Das sieht sowas von nicht sicher aus. Die Tür war da vorne nicht offen oder? Yes, quite. Natürlich. Ich bin schon da. Irgendwann ist einer der Hautfarbe sagt mir, dass du furchtbar sterben wirst, Junge. Armer Kerl. Er versucht mir zu helfen. Aber wird früher oder steter gemampft werden. 7 7 6 8 9 Was ist das denn? Ich habe mich doch gerade durchgelegt oder? Bypass Program. Okay. Um. 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 We good. Hughes. It's Ransom. I just got your query. Yes, I have been in our transmission relay archive and I've done some decrypting. I'm looking for crew logs that passed through Sevastopol a while ago. I know you're concerned, but it's ancient history. It's just some stuff I need to know. A routine company transmission packet. Send from the internet to the ship service for Paul. I don't. I don't have to tell the server farm. Quietly. No one else needs to know about it right? If you talk. Well there will be consequences. I mean there is plenty of hurry he doesn't know. Right? Leave them to coding and let me know if they're done. irgendwas sagt mir dass der gute Working Joe gerade unterwegs ist ich mag das wenn ich hier im Lockdown vorbeilauf Hallo Working Joe in der Lockdown Initiator ich bin der Schlüsselmeister wieso bist du down na gut da was was ich glaube nicht dass das so gehört Ruhe ich glaube der nicht aber was haben wir hier Untertitel ist an sich an das Problem man sieht es nur sehr schlecht Door Access ist aktiv okay Schutzgas kommen wir jetzt durch oder? ja wir sind verdammt klein das ist der Nachteil an dem Ganzen und irgendwie gehen sie auch aus das war sie überschreiben sich selber vor allem sind die Untertitel bei so langen Dialogen leider ist nicht auf verschiedene Bildschirme verteilt sind alle das Bildschirme was hat das jetzt gebracht? ich war wie ich kam von hier was 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 war 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 You need to trigger it from there. Then get out. I'll keep your exit open until you're through. Then shock the trap. Auch noch machen, okay? Mach du doch einfach mal. Du kannst das doch. Du bist eine Frau. Oh, mir gefällt das gar nicht. Der sah aus, ob man die Winfax-Kind nicht gebrochen hätte. Ich stelle jetzt kurz an Dead of a Species. Hazard campaign breach log. Logging our port to Apollo. Oh, Mistviech. Macht Mistviech gerade die Working Joes nieder. mates. Justine, ganz sicher. Ja, Mist, wie hier ist es hier. Guck, wie sie da alles sehen kann. Der Ausstecker von den Fußstapfern müsste Mist, wie ich gerade umwärte da sein, 10-15 Meter entfernt. Oh, das ist sehr schlecht. Wo bin ich hin? Oh Gott, nein. Wie? Oh, bitte lass mich rein. Was soll die Scheiße? Oh, wer damit? Das sieht aus wie ein Working-Joel mit Haaren. Ein Hairy-Joel. Das ist lustig. Ja, wo ist da? A, du und L. Das ist lustig. Das ist lustig. Ich habe mehr Zeit. Ich habe mehr Zeit. Ich habe mehr Zeit. Okay, okay. Geh raus, bitte. Jetzt. Geh raus! Guck, dich doch mal den Flammenwerfer. Komm schon. Ah. Ah. Ehh. 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 Und den ich hasse, der bist du. Der liebste Schwarze hat's verkackt, sobald ich das erklären kann. Ich glaube, ich muss eher drücken, da bin ich so ganz sicher. Wir können immer wieder wegwerfen. Ich kann sogar behaupten, dass ich Mistviech hasse. Wie benutze ich nochmal den... Ah! Ah! Okay, das macht Sinn, das macht Sinn. Ich meine, sind hier nicht die Working Jaws stink so auf mich? War das hier? War das woanders? Ich weiß es nicht mehr. Ich hätte gerne ein Door Access. Dankeschön. Door Access klingt brauchbar. Ich habe zwar keine Ahnung, warum es unbedingt mich will. Aber hey. Wir sind schon so was zusammengekommen. Ich und Mistviech sind inzwischen richtige Kuppels. Ich meine, ich bin falsch gegangen? Hauu! Das erklärt, warum mir jetzt nichts gesagt wurde. Weiiiiiiih. Kapper Joes! Ich bin leicht irritiert, wo zum Geier ich bin. ich dachte ich bis den Aufzug wahrscheinlich ist das der falsche Aufzug nachdem er offen stand dachte er, da muss ich hin irgendwie eine Echse funktioniert AI-Echse funktioniert nicht mehr gut haben wir einen Crash gut, machen wir nochmal an das Ganze das ist noch merkwürdig wir haben ja relativ kurz davor gespeichert glaube ich kontinuieren danke ach du scheiße wirklich mach den ganzen Schmarrn nochmal wer hat davon dreimal von Mistviecher legt wenn es mir zu blöd wird, benutze ich einfach den Flammenwerfer so wie ich mitbekommen habe, verscheuchtes Mistviecher ich möchte nicht, wenn zu viel Flammenwerfer benutzen bye bye working job hier gab es glaube ich Flammenwerfer genau boop ich hoffe mal, dass es sich hier nicht bewegt ich hoffe mal, dass es sich hier nicht bewegt wenn es mir hier entgegenkommt, bin ich wahrscheinlich recht schnell recht tot und da ist working joe da läuft ihr gerade vorbei wird wahrscheinlich auf dem Windschirm gerade nichts sehen bei euch da läuft das Alien scheinbar beste Kumpels ich rieche eine Verschwörung ich warte jetzt einfach bis ich dieses komische Klappe höre wenn es wieder in die in die Wends hochgeht dann gehe ich hier raus ich mein hier drin ist ganz nett bis auf die ganzen Staub oh nein wir müssen wir fahr kurzzeitig vor uns muss die Betonung geht auf kurzzeitig vam vam va bah bavamm wie sollt sie mal ein Spiel machen Gute, alte, weiße Hai Bist Ich bin kein guter Rechtseitigdrücker, wie es ausschaut Da drin steht irgendwas für über die Nostromo Und ich komme hier nicht rein In dem scheiß Gas Bleib zu Hopp Dich, das L und Pac-Man Das absolut nicht aussieht wie Pac-Man, aber hey Das ist es, du hast es? Ist mein Exit open, Riccardo? Wait a minute Riccardo, ist mein Exit clear? Jesus, es ist shut! Du hast nicht bewegt Was hast du gemacht, Riccardo? Fix es? Oh, ich kann es Entschuldigung, Riccardo! Ich arbeite! Ich arbeite! Ich habe mehr Zeit! Ich habe mehr Zeit! Ich habe mehr Zeit! Hier ist schön Oh, Mistviech! Du Mistviech! Mistviech! Du elendes Mistviech! Mistviech! Ich hasse dich Mistviech! Lass mal einfach das hier auf! Lass mal einfach das hier auf! Damit müssten wir nämlich wie jetzt Ritz einem der Sprecher.com Die ich vorher gelöst habe Dann müssen wir das nämlich nicht nochmal machen! Klappt doch alles, wenn man will! Das war nett, so freundlich! Das war nett, so freundlich! Der beste Freund des Menschen! Das hier und das hier, das ist nichts drin! Okay! Jetzt kommt wie der böse Texaner, der stinksauer ist, dass das Viech entkommen ist! Immer noch mit dieser hässlichen Uhr! Diese Uhr ist dermaßen dämlich! Ja! Das war äh... geplant! Das war geplant! Und äh... kalkuliert alles! Dass ich das jetzt doppelt von fünfmal mache! Riccardo! Wie hast du es wieder öffnen? Ich musste den Alarm! Es war der einzige Weg, um Rippley zu kommen! Du lässt es raus? Wir hatten es lockt, und du lässt es raus? Rippley! Es ist noch auf deinem Kopf! Wo soll ich gehen? Geimini Labs! Riccardo! Wir können nicht mehr es rausgehen! No matter what! Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Ja, ich bin ein bisschen desorientiert. Das merkt man vielleicht. Da! Oh! Okay! Klar! Ich werde nicht gehen! Ich werde nicht gehen! Freundliche Leute! Was zum... Christ! Go Mistviech! Du kannst hier machen! Du kannst hier machen! Beachtet mich nicht. Keine Ahnung, warum die mich jetzt nicht angegriffen haben. Oh man. Wie ist es gerade Mist, wie ich mal die Leute an die was Böses machen. Ich laufe hier nur rum. Aber die? Die schießen auf Leute. Das ist doch nicht nett. Hm. Aber dafür ein ganz großer Teil von deiner komischen Raumstation. Gut gemacht. Oh. Du wirst mich diesmal nicht angreifen, oder? Was passiert das mit dir? Hast du verstanden? Auf wer mir jetzt zurückkommen ist sie tot. Oh Gott. Oh Gott. Find the control terminal they left for the synthetic caretaker. It's in a storeroom up ahead. And for God's sake do it quietly. Oh. 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 Okay. wasser wieso tropft hier wasser das ist sicherlich nicht sicherheitsstandard dann noch mal und Reaktortransfer hat sich auch furchtbar scheiße an die berühmte Weltraumhöhle Weltraumtropfsteinhöhle das haben sie gemeint oh nein ok ok komm her hat nicht viel gebracht glaube ich hm hat genug gebracht hat offensichtlich genug gebracht ich mag die Flammenwerfer bist mein Freund was hieß ich kann komm her komm her wenn du dich traust bitch ja geh weg geh weg geh weg ich habe den Werfer der Flammen ich bin ein Drache und du bist meine Bitch und die Kamera tut eindeutig rum die Kamera ist verbuggt das bringt nicht viel ich bin ein Drache ich bin ein Drache ich bin ein Drache das war Torch das war Torch das war Torch ich bin ein Drache ich bin ein Drache langsam ich höre könnte jetzt wir zu gehen Danke Geh fort. Bitte. Geh fort. Hier ist nichts. Braver dummer Androide. Was mache ich mit dem jetzt? Der würde mich hier nicht mögen. Was mache ich? Was mache ich mit dem? Umgehen kann ich den nicht wirklich, oder? Was schleift man hier so? Bin ich das, der so schleift? Bist du nett? Bist du cool? Können wir reden? Können wir? Gut, danke. Könntest du aufhören mich zu verprügeln während ich hier... Du bist unfreundlich. Du stirbst. Ja. Aber du brennst trotzdem. Du bist die Human Torch. Versuch's doch. Du brennst. Oh glaub mir, ich toleriere ganz viel. Ich bin sehr tolerabel. Ich bin furchtbar tolerabel. Wann fängst du an, Erkki zu brennen? Du. Ich hab Spaß. Das bleibt nicht so gut. Weg mit dir! Zurück in die Dunkelheit, Mautos! Okay, diesmal ein bisschen schneller einlenken. Das wär brauchbar. Das ist die Bösen-Systeme. Dankeschön. Okay, du bist ein Arschloch. Wo kann ich den Polenbrenker finden? Hör! Auf! Sack! Das fängt dann aber langsam an! Au! Wexer! Waa! Mann, ey! Ich nehm's Pedalen auf. Ich hab'n Flammenwerfer verflucht. Ich wär'n Magier. Magischer Grätirin. Ich nehm' an, ich muss hier hoch. Nein! Nein! Nein, hier muss ich sowas von nicht hoch. Okay. Oh, das ist schlecht. Mistviech! Bleib, wo du bist. Weder ich, noch du wollen, dass uns was passiert. Wir sind cool. Wir sind Compañeros. Ja. Bleib fort, Mistviech. Wir sind Kumpels. Also, lass uns Kumpels bleiben. Solange wir Kumpels bleiben können. Okay. Tornichts, was unser super... Verhältnis stört. Geh' fort. Tornichts, was unser super... Danke, Mistviech. Ich wusste doch, wir verstehen uns. Du gehst fort! Bitte! Nein, da will man mit ihm reden. Man will nett sein. Und was kriegt man? Hä? Nichts kriegt man. Wird veralbert und verarscht. Seinem besten Freund. Dem Alien. Wir waren hier doch schon. Oh, nein. Da, wo wir waren, das war außerhalb. Hier sieht's nur ähnlich aus. Da, wo wir das letzte Mal waren, hat man eine super Außentür, um man rausgucken konnte. Fenster nimmt man es auch. Aber scheinbar ist dieser Flamenwerfer recht brauchbar. Wieso ist das überall so dunkel? Ich glaub' der Flamenwerfer könnte mein neuer bester Freund werden. Licht. Kein Licht. Oh. Keine Batterie mehr gehabt. Deshalb kein Licht. Schon wieder so ne scheiß Kamera. Ist das ne Kapsel? Passcode. Da ist ein PC, da wird also der Passcode dafür sein. Iron Torch. Iron Torch? Ah, ich hab' die Plasma Torch bekommen, nicht die Iron Torch. Ja, ja, genau. Uh, Flamenwerfer. Und ich hör' für meinen Freund den Flamenwerfer, nehmen wir doch immer gerne mit. Error, 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 Error. Sit tight. Germany Shutdown. 27,43. 27,43. Wecker und Compound. Das ist auch immer wieder genug für... Unsc aus Tomo. Warum ist hier überall, sind es irgendwelche... Spezialdinge, die man später zusammen sammeln muss, wenn man mitbekommen hat, dass wir uns alle nur verarschen. auch jetzt ein bisschen aus der wand raus der flammenwerfer macht das schleichen noch viel einfacher finde ich sehr sehr nett vom flammenwerfer wieso ist hier blut hier sollte eigentlich niemand sein bin ich hier nicht in so einen hochsicherheitstag reingekommen das sieht richtig aus und da gehe ich nicht eine von die sind echt beliebt hier scheinbar ich muss schon mal einen Schlüssel nehmen wieder abwärts das war jetzt ganz so erfolgreich wir haben glaube ich 100 flammenwerfer muni gekriegt ordentlich andere sachen kein fan davon noch die rein doch immer schon so viel spaß gemacht jetzt kannst du nicht rein komm schon wo ist der das mit sport wo muss ich darauf klicken dass ich hier ein kamen darf das ist ein bisschen ärgerlich das okay das sieht gut aus das ist nicht von diesen batterien ein bisschen wegbleiben nachdem ich jetzt nass bin ich glaube es sind batterien ich glaube es sind batterien ich glaube es ist ein bisschen weggelegt komm 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 mach schneller so dass sie die kamera ausstellen kann die Kamera okay was haben wir hier irgendwas wichtig aussehen ist Türe noch eine Türe Kabel und was zum Aufmachen Duschen und oder ähnliches gut ist das nicht laut ist Tügel gekommen Mission Hacer Distribution Convert alles cool großer bleib mir fern ich sag's nur einmal du bist doch ich hab die Tür zugemacht gehabt du Sack nein erst flammen dann fragen erst flammen dann fragen muss wieder hoch oder ja das war mein Fehler okay das ist jetzt das zweite Mal dass wir neu starten mussten nicht das Spiel diesmal einfach nur so wieso ganz einfach weil ich zu doof bin entweder schieße ich zu spät oder zu früh eins von beiden geanlicht gut wie gut ist meine Gedächtnis wie gut ist mein Gedächtnis kann ich nicht nachgucken weil ich kann es nicht so eingeben einfach 27 43 ich hab 22 43 jetzt gemacht siehst du mein Gedächtnis ist nicht so gut wie ich erhoffte ich hab ihn einfach nicht so gut hmmmm Stun baton charge geh weiter Kamera Oh, ich weiß gar nicht, was in meinem Zimmer gefallen. Ich bin ja noch erschrocken. Weiter, 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 weiter. Weiter, das sollte mein Lieblingsschlammler auslösen. Jetzt wundere ich mich nachher, warum ich dieses komische Medik dem Viech ins Gesicht werfen will. Hauptsache ich muss nicht wieder Ringelreihen mit dem Deppenspielen. Das sind die lächerlichsten Sachen, die ich hier gemacht habe bis jetzt. Da gehe ich nicht rein, habe ich vorhin schon gesagt. Das ist doch wirklich keine Arbeitssicherheit hier. Das ist hochbar, das würde der TÜV dazu sagen. Mann, Mann, Mann. Ich habe versucht die Tür zu machen, nur das hat ihm überhaupt nicht gefallen. Weil sobald man diesen Flammenwerfer draußen hat, macht er einen auf. Das ist jetzt nicht so mein Ding, muss das sein. Ungefähr so wie ich, wenn ich es sehe. Man könnte fast sogar behaupten, dass unsere Herzen eins sind. Na komm. Das ist ein Problem. Das ist nicht so doll. Bis ich da jetzt keinen Prompt kriege. Na komm, wo ist er? Ich kann das hier stundenlang machen. Das ist doch relativ langsam eigentlich zum Zugucken, behaupte ich. Okay. Na komm. Jetzt aber. Ja. Die Frage ist, muss ich da durch? Wahrscheinlich ja, weil es hier piept. Ich mesche gerade den E-Button. Ich weiß nicht, ob man es hört. Muss ich da durch? Kann ich auch hier durchlaufen? Okay, leck mich. Ich lau war so. Geh weiter. Das würde die Sache verflut einfacher machen. Die Tatsache, dass ein Pro Boost ein Flammenwerfer, gefühlt der 50 Fuel verbrennt, hilft nicht. Hilft überhaupt nicht. ... ... ... ... ... Was ist das? Ich fühle mich so aus von viel besser fühlen, wenn ich wüsste, ist man später von der Aufahmer zu spielen. Ich komme nachher dadurch, das klingt mir irgendwie gesünder. Locked, gut dass ich durchschauen kann. Was ist das? Ne, das ist... Hä, hä, halt da dann! Guck mal, es funktioniert ausnahmsweise sogar! Wird mir richtig blöd, wo ich da durchgehe. Wieso kann ich die nicht looten, du Sack? Guck! Vixxer! Wieso? 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 War das gut? Wahrscheinlich nicht. Vielleicht doch. Was ist der Disproprozion? war für das mit der Lug die Buchi Ufa Kursen Herrgott die Zübung und Speyer Punkt ich würde mich viel besser fühlen mit einem Speicherpunkt weil dann weiß ich, dass ich diesen Lüsten nicht mehr machen muss und wir sind mit Plus Minus Null Flammenwerfer-Fuel rausgekommen das ist doch ganz okay ich hab die Quality Control wieso sitzt hier, wir haben die nicht gesagt, es ist hier alles offline schon seit Jahren es ist hier schon seit Jahren ist das was los ist es ist hier es ist hier es ist hier hallo die Dame nehme ich? Dankeschön oh man mach das zu Replay es wird ein lustiger Replay warum sagst du denn nichts zu Replay? jetzt kann ich die Dinger hier nicht raus holen die blockieren gerade mal den Weg die Dinger normalerweise sollte man dann auf sowas klicken können, das sich dann bewegt ich bin nur zu doof dazu offensichtlich das sieht nicht gesund aus wenn das piept und tut wenn das gesund ist weiß ich auch nicht was denn mehr hat das hier mit Qualitätskontrolle zu tun nicht viel das hat es damit zu tun ich mach das einfach mal auf wahrscheinlich ist es schlecht weil das Belien hier durchkommen kann das muss man sagen ich hör das Belien gerade es ist rechts von mir selber schuld, Arschloch hab ich dich das ist ein plus minus null Flammenwerfer ja ja ich will hier lang es war ganz schnell Copperjoes Herrgott die hauen jetzt hier aber die Scarce raus das ist nicht mehr feierlich Waitz, ich habe es geschafft ist es noch nach dir? ich denke so ich habe einen Plan zu gehen für die Lampen Jag dich da drinnen hoch dann würde es auf jeden Fall auch hoch gehen toller Plan Waitz toller Plan ok ok und das ist einfach nur knuffig boing 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 hier konnte ich länger bleiben ist lustig ich habe kurz die warum hat das sich jetzt bewegt ich habe die Taschenlampenbatterien ausgewechselt weil das ist schon die x-batterie die ich an der ich vorbeikomme ist für schade hier liegen zu lassen oh Gott ja oh Gott ja oh Gott ja oh Gott ja ich liebe die Speicherpunkt wie viel Org haben wir denn? ok ich möchte heute nicht unbedingt länger machen als sonst das hier so eine scheiß Kamera und hier geht es scheinbar nicht lang was nicht bedeutet sie nicht durchgaben Lichter und hier ist es so ein bisschen wie viel ich bin ich bin die 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 ort die 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 ich will so ein boingy boingy Mensch hier die T-Karte Plasma-Kotter? Plasma-Torch nach oben wollen sie und da und drüber ein bisschen hoch genau da wird jetzt jeder natürlich seine Hand reinstecken mir gefällt das Blut hier nicht ich bin nicht so unglaublicher Blut-Fan ich weiß nicht wie es euch geht und wir sind bei unter 500 Flammenwerfer kein Fan sollte ich nicht The fuck The fuck gut ist tot ich kann nicht suchen Flammenwerfer es ist eigentlich eine Sache ich weiß nicht ich fahre jetzt einfach mal wird hier das Vieh ich nach einer Weile dem Flammenwerfer gegenüber weniger ängstlich ist es eine Sache in dem Spiel es ist eine schlechte Sache die ich den Flammenwerfer benutze oder nicht persönlich mal mit einer Flammenwerfer viel Spaß so im Großen und Ganzen Ah du bist noch am Leben du Sack wo kommt das gespültete Glas her da 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 Ah, sehr fein. Okay. Da bleibe ich nicht unter. Ich glaube, ich weiß, was ich drücken muss. So was von kein Fan. Ich bin sowas von kein Fan. Okay, dann machen wir jetzt mal ein bisschen schneller. Ja, du, du, du und du. Oh. Oh. Fick dich! Ich kann fliegen! Oh, hi. Warte mal, da war doch vorhin irgendwo so ein scheiß Evac-Dingsbums, oder? Nein, 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 nein! Okay, ich hab vorhin so eine Evac-Station gesehen. Uuuuh. Mistviech, ich hab keine Lust und keine Zeit für deinen Scheiß. Ich muss hier weg. Du bleibst hier. Fuck. Das war jetzt knapp. Ich kann jetzt schon... Wie viel Prozent? Gut. 75. 85. Zug, zu, 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 zu. Danke. Durch dich, durch dich, durch dich, durch dich. Komm! okay alles ist super alles ist klasse ich bin hier drinnen und freue mich des lebens das wird sich gut an wir müssen wissen dass diese komische android davor nicht nur irgendwie auch scheußel ok jetzt komme ich und verprügel dich ich verprügel dich dermaßen sind nicht mehr weiß ob du ein mann oder eine frau bist so ja ja witz me son of a bitch you locked me in you blew the lab into space i had no choice no choice at all you saw that thing you saw what it could do i had to get it off the station by any means necessary yeah use me as bait files i got that thing jettisoned into the gas giant the station safe there's that and there's the fact that you're a heartless bastard i'm heading back to the bureau we can discuss your methods there ripley out ripley ripley Iron Torch Ach, jetzt ist es da, wo die Stromflinte! Genau! Hier sind wir das erste Mal eingekommen. Das ist doch eine Stromflinte, oder? Hier, ich kann mich erinnern, dass aus irgendeinem Grund sind wir genau dort, wo wir uns einmal angefangen haben. Und zumindest waren wir hier schon mal. Dich kenne ich noch nicht. Ich muss zugegeben, Omega hört sich geil an. Dämlich, aber geil. Irgendwas sagt mir, benutzt den schon. Ah, den habe ich schon benutzt. Ich auch schon benutzt. Ähm... Genau. Vorher ist es erst mal explodiert, bin halt nicht einmal erschrocken, weil ich mir, glaube ich, einen Teil von der Plombe herausgezogen habe. Äh, ich bin ein Idiot. Ja, dann gehen wir da lang. Ich probiere jetzt einen Unterdruck im Munde. Ah! Okay. Ich habe hier nämlich einen Aufzug. Mal gucken, was da schön jetzt gibt. Level Omega, sprich die ganzen Syntheter sind gerade auf der... auf der Jagd nach der Mensch gieß. Das ist das, was jetzt gerade los ist. Wow, ist dunkel. Es muss doch einen Grund gegeben haben, warum ich hier rein kann. Außer die beiden Sachen, die hier um die Chargeback-Shot kann einfach. Genau. Ah, ist es schön, nicht mal wieder normal laufen zu können. Was war's? Ich habe das Alien weggebracht. Es müsste eigentlich alles cool sein. Aber scheinbar finde es unser... Ja, das sieht doch wirklich ein bisschen rentiert hier. Das habe ich auch fast übersehen. Mal gucken, was ich fast übersehen hätte. Das ist ein Chargepack, den kann ich nicht mitnehmen aus irgendeinem Grund. Ja. Gut, da hat sie es doch halbwegs rentiert. Bisschen Money. Es ist auch verdunkel hier drin. Ich habe dadurch ziemlich viel Taschenlampe eingebüßt. Aber hey. Ich glaube, Taschenlampe gibt es hier noch genug. Ich muss da? Genau. Hier habe ich nämlich unseren Kumpel damals gefunden. Den Iren. Den Irren. Ja, ich muss hier rein. Ah, Kappel-Jaws Werbung. Ah, ist das schön. Nette... Nette Sache. Oh. Oh. Ja. Ja. Okay, was... Stinkt bis zum Himmel. Stinkt bis zum Himmel. Aber vielleicht bilde ich mir das ja nur ein. Hi. Hey. Danke. Sehr nett. Wirklich. Ich bin Fan von dir. Wow. Wer ist das echte Monster? Das Monster ist das Monster. Doorlocked. Und... Wo gibt's hier Power? Wo würde... ein Poverkasten sein? Da hinten müsste ein Poverkasten sein. Bonk. Nein, auch nicht. Und du hier! Ich bin ein bisschen verloren, weil er sagt mir, ich muss da rein, aber ich muss gleichzeitig davor noch die Power wieder anmachen. Ich bin ein bisschen verloren, aber ich muss da drüben hin und dann irgendwie was klicken, das ich nicht gesehen habe, weil ich zu doof bin. Uh-uhh. Und... Bristol Power, er zeigt mir an, dass ich da rühren muss. Oh, ich hab keine Power. Activate. Wally bringt mich fort. Fick dich. Go, Wally. Hallo. Hallo, der Tee. Ich hab nur ein bisschen spät gesehen. Mann, Mann, Mann. Wally hat uns jetzt hier reingebracht. Gucken, wo wir jetzt hin kommen. Schau mal in diese Luft. Der mal wieder dunkel ist wie sonst was. Na, jetzt hab ich den Tee ein bisschen spät gesehen. Ah, nicht mal. Relativ schnell. Gut. Eppi. Was brauchbares... Da kommen wir hier rein. Shut up, Erga. It's out in spice now, Erga. Won't hurt me anymore. Ich hab keine Androide seitdem ich hier bin. Nein, das ist neu. Sie haben ihre Posten verlassen. Ich habe nur ein paar in einem öffentlichen Bereich gesehen. Das ist nicht normal. Great. Watch your back. Wo ist denn... Geiermusikchen. Hier rein. Da wird sich der Michael wie zuhause führen. Die ist nicht super... Du wirst gucken, dass du nicht mehr nicht mehr hast. Ausgleich ist und alles. Wie waren diese Charge Packs? Was sind denn die? Ich benutze sie durchgehend. Okay. Wie viele Schuss hat diese Schraubflinte? Hier ist es. Ist zwei und der dritte. Das hört sich nicht gut an. Hi! Seid ihr... Ähm... Wie war's mit nein? Mach dich sowas von kaputt. Wuppe 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 Oh, fühlt sich lang dahin Das sieht man gerne Fuck. Ist du okay? Ja? Gut. Fuck off. Anarchie sage ich. Anarchie? Ripps, Sebastian. Aber ja. Anarchie? Oh, was hat ich das nicht gesehen? Es ist so, dass sie sie kümmern. Für wen? Für alle und niemanden. Was meinst du? Stand bei. Du, 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 du. Alter! Kann man es nicht playen? Das sind schöne Steleisu. Dann, dann, dann! Oh verdammt. Du magst es doch auch! Schau mal! Das war gut gemacht, Junge. Gut gemacht. Ich muss echt sagen. Das war... Halt die Sammel! Halt! Nein, nein, nein! Zieh nicht! Ich sag's dir nur einmal! Ich muss zugeben, nicht die beste Verwendung des Flammenwerkes bisher. Ist dein Freund in Ordnung? Der sieht nicht allzu gut aus! Ich hab ne gute Idee! Konnte ich hier nicht irgendwie... ...Nee, Pim, Miene! Meine Güte! Das ist ne Menge! Man kann jetzt mal ein bisschen Inventar aufräumen dadurch. Von Alien direkt zum Terminator! So, um irgendwas... Wenn es hier irgendwas gibt, dann ist nichts, wie ich will. Ich glaub, wir sind keine halbe Stunde in irgendeine Richtung, wo es nix gibt. Oh! Da-da-da-da-da-da-da! Seesam! Seesam! Apollos! Apollos! Sie haben die Gefahr, die Gefahr zu haben! Omega! Danke! Danke! Du merkst, dass es kalt wird? Wer hat das gesagt und warum hat man das gesagt? Da ist wer! Sesam! Auch nicht! Was? Was? Oh nein! Nein! Das hab ich mir eingebildet. Das war nur einfach... Irgendwas doofes! Mistliches Tod! Gut! Waitz! Ich hab ein paar Sicherheitsschädte in meinem Weg. Kannst du sie öffnen? Waitz! Du dumme, du dumme, dumme, dumme! Lass sie alleine! Steine! Wir müssen hier sein! Du dumme, dumme, dumme! Du dumme, dumme! Oh! 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 Waitz! Waitz! Oh! Gut! Ich glaube, Waitz hat äh... Das letzte Mal gequarkt. Jetzt ist er auf der großen Kuhrenge im Himmel. Guck, geh ich mir aus dem Wild! Wenn du einmal auf mich schießt, mach ich dich nieder. Hast du verstanden? Hast du verstanden? Er hat nicht verstanden. Ich frag nur im ersten Mal. Weil ich ja ein netter Mensch bin. Weil ich immer allein bin auf dieser verdammten Station. Herrgott Willen! Stopp noch mal! Geh fort! Das ist nicht... Hehehehe! Hehehehe! Also wenn dieser komische Typ wirklich eine Art Bischop ist, dann müsste der ja wohl mit diesem Möchtegern fertig werden. Warte mal zu behaupten. Ich glaub, der Typ dieses Hemmels muss eine Art... äh... Bischop sein. Es geht nicht anders. Der sieht einfach nur zu Bischop mäßig aus. Wohl Zeit? Okay. Wohl Zeit? Muss ich doch hier hoch. Jetzt geht er... Karte mit. Weil hier ist es viel freundlicher geworden jetzt plötzlich. Weniger enge Gänge. Schmeich immer noch genau so viele enge Gänge wieder vor. Und sie sind ein bisschen freundlicher aus. Aus dem Grunde, dass jetzt kein Viech mehr hinter mir ist, das mich töten will. Das ich nicht töten kann. Das einzige, was jetzt nicht mehr hier ist, sind irgendwelche Suizen... homo-genozid-gefährdeten... homo-genozid-gefährdeten... Genozid-gefährdeten... genozidierenden... ah, Roboter. Dinger. Mein Gott, ich kann gut reden. Äh, nein, nicht da lang, hier lang. Muss ich jetzt hier durch, oder? Nein. Ich kann nur mal wieder dieses Ding nicht lesen. Das bewegt sich zu schnell für meinen Geschmack. Das bewegt sich viel zu schnell für meinen Geschmack. Ähm... Oh! Taschenlampe ausgewechselt. Taschenlampe mitgenommen. Jetzt ist es rundiert. Nichts. Ich bin ganz einfach auf deine Geist. Tja. Tja. Die sind irgendwie nicht amitiert. so Audio brauchen wir nicht und die Tätie ist nichts drin nichts weiter ignoriere mich ja ich ich versuch doch und vor denen habe ich Angst gehabt und vor diesen Möchtegern habe ich Angst gehabt, ernsthaft gut, wenn er sagt, dass ich da lang soll, dann gehe ich hier lang weil irgendwie sehe ich hier überhaupt nichts mehr möchte erst nicht wissen, wie schlecht es auf dem Stream ausschaut so dunkel wie es hier ist wenn halt, wenn du Muni hättest ich habe gerade zwei Schüsse ins Nichts geschossen du hast keine Muni, du Sack mein gesamtes Sementar ist voll, das ist richtig schade hier rein ist ja nett viele Türen, die es zum Öffnen gibt vor wie Alice im Wunderland Alice, Alice nichts wichtiges People has killed sag bloß Läuse das ist der beste die gleich zum aufheben auch nichts los die ist das aufliegen ist doof zu sehen meine Fröse alles und bleibt so und du bist überhaupt nicht du bist überhaupt nicht Prozent aufwendig guter Mann sowas war jetzt schon an Ehe zu drücken du Sack gib mir einen Muni das wäre recht brauchbar vergessen durchzuladen so was was oh drei Dimension drei Dimension ich muss dran denken denk in der dritten Dimension hier ist irgendwas dämmer so schiefgegangen oh hallo 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 ich fress mich heute durch die Batterien sind mit Opa hallo hallo und hier ist die Fragungskammer und über ein netter Kopf und böser Kopf gespielt denn der Space Marschland böser Space Marschall so so ich komme sehr fein ich weiß nicht ob ich noch viel länger mache hallo könnt ihr mir kannst du mir sagen was hier los ist komischer mit der If I go after Samuels, can you run this place? I need eyes and ears. I'm not fucking staying here. Ricardo, I need you to do this. Can you man the station and keep me covered? Ricardo! Yeah. Sure. Of course. Sit tight. Lock the fucking doors and don't let anyone in. Look after me. I'll come back for you. Hm. Ich glaube, ich beend's hier für heute. Ist ein guter Punkt, glaube ich. Aus dem ist jetzt eh schon fast... ...einsel. Dann passt es gerade. Und dann werden wir einfach nächste Woche das Ganze nochmal angucken. Oder am Samstag eher. Hm. Oh, da passt es ja gerade, wenn ihr gerade eh ins Bett geht. Gut. Dann speichere ich noch ein letztes Mal und bin dann fort. Dann geht's hier am Samstag weiter. Gleiche Welle, gleiche Stelle, gleiche Zeit. Äh. Und so weiter.